Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier zurück zu der Long Dark. Wir haben es, Moment, in die Hütte geschafft, in diese... Wie soll ich es jetzt nennen? In diese Scheune. Es ist im Grunde einfach nur eine Scheune. Unsere Temperatur, unsere Kerntemperatur nimmt wieder zu. Das erste was wir jetzt natürlich machen ist das Ganze ja durchsuchen. Qualitätswerkzeug, was ist denn das? Hochwertiges Werkzeug für die Herstellung und Reparatur von Dingen. Hä? Moment. Qualitätswerkzeug. Einfaches Werkzeug. Grundlegende Dinge. Okay, wieder was Neues gelernt. Wieder was Neues gelernt. Jetzt... Okay, Holz immerhin nochmal. Wo kommt denn jetzt das Qualitätswerkzeug her? Ich glaube, dieses Mal werden wir uns auch eher hier einrichten. Zumindest ist das jetzt... Ja, ich sag jetzt mal eine Überlegung von mir, weil wir hier auch die ganzen Werksagen haben. Oder wir gehen doch wieder zur anderen Hütte. Huch, was ist denn da? Da liegt noch ein Schal rum. Und eine Wasserflasche. Sehr fein. Immerhin, immerhin, immerhin. Aber ich bezweifle, dass wir hier Medikamente finden werden. Oh, eine Crowbar, ein Brecheisen. Und mal wieder die Kapuze. Auto, eine Zeitung drauf. Ja klar, eine Zeitung im Auto hinten. Das würde ja super funktionieren. Oh, geil. Fresshalien. Müsliriegel. Ich kann mich immer noch nicht umdrehen im Auto. Oh, doch. Man kann das jetzt im Moment? Ne, kann man nicht. Okay, war nur ein Versuch. Da liegt auch nochmal Holz rum. Also, was wir jetzt definitiv mal tun könnten, ist Sachen gleich mal trocknen. Und natürlich auch ablegen. Ja, du kriegst erste Hilfe, sobald wir sie gefunden haben. Mehr Streichhölzer. Also, ein verschlossener Spind ist immer eine gute Idee. Ja, immerhin nochmal was zum Anziehen. Ein paar Salzkracker. Tolle Kombination übrigens. Salzkracker und was zum Anziehen. Energieriegel. Guck mal, da wurde die Nieds. Das ist ja nicht nur. Einfache Stiefel. Und nochmal ein verschlossener. Was ist da drin? Antiseptikum, Schmerzmittel. Schmerzmittel! Ja, 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 ja. Moment, da war doch was. Hä, 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 hä. Verwenden. Oh, endlich. Was das angeht, sind wir jetzt immerhin wieder gut dran. Wir haben also etwas gegen unsere Schmerzen tun können. Okay. Es gibt jetzt jede Menge Werkzeugkästen, so wie es aussieht. Was ist da drin? Ich kann das benutzen. Ja, 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 kannst du benutzen, kannst du benutzen. Nach gut dünken. Da ist leider nichts drin. Aber zum Glück gibt es hier mehrere Schubladen. Mehr Metallschrott. So weiter geht das. Ich muss es demnächst mal wirklich ablegen. Da ist nochmal eine Sturmlaterne. Das ist auch top. Ist da irgendwas noch versteckt? Das musste ich ja lernen beim letzten Mal, dass da Dinge versteckt sein können. Aber dieses Mal ist es anscheinend nicht der Fall. Okay. Definitiv konnten wir jetzt wenigstens mal was gegen unsere Unterkühlung tun. Und ich glaube, ich fange jetzt mal Sachen an einzuräumen. Hier passen 10 Kilogramm rein. Wir müssen jetzt... Moment, halt. Nee, blödsinn. Ich will ja solche Sachen nicht mitnehmen. Metallschrott. Alles mal da rein. Genauso wie das da. Unser Werkzeuggedöns. Was können wir denn sonst noch da reintun? Krähenfedern. Haben wir, glaube ich, nur eine. Sonst würde da eine Zahl drin stehen. Eine zusätzliche Headset. Eine zusätzliche Crowbar. Ganz im Ernst. Das Werkzeug will ich da reintun. Auch das Qualitätswerkzeug will ich da reintun. So. Was ist denn das? Kaputtes... Kaputter Pfeil. Ich habe keine Ahnung, für was man den noch verwenden kann. Aber ich werde ihn jetzt nicht mit mir rumschleppen. Das ist alles nur unnötiges Gewicht. Wir brauchen auch nicht so viele davon. Ich möchte mal behaupten, wenn wir drei Stück mit uns rumschleppen, reicht das. Selbiges gilt für eine größere Menge an Streichhölzern. Wir müssen ja wirklich auf jedes Gramm achten, das wir tragen. Essen haben wir noch genug. Das ist gut. Schal tun wir da auch mal rein. Wobei der ist besser, als den, den wir tragen. Hm. Sollten wir definitiv dann uns überlegen, den anderen anzuziehen. Ach, das ist jetzt schon voll. Gut, dann tun wir es halt da rein. Kann ich auch mitleben. So, genau. Alles rein, was nicht gebraucht wird. Oh, bessere, einfache Stiefel. Rein damit. Und rein damit. Aha, aha, aha. Und auch das hier kommt da rein. So, schnell umziehen. Oder besser gesagt das anziehen, was wir jetzt übrig gelassen haben. So. Und natürlich haben wir noch andere Sachen, die wir da rein tun könnten. Ja, ein weiteres Antiseptikum. Kommen wir auch mal da rein. Wir haben noch einen Verband, das ist gut. Ja, im Großen und Ganzen haben wir jetzt nicht mehr allzu viel, was wir da noch mitnehmen könnten. Ah, ich könnte tatsächlich einen Bartflechtenverband herstellen. Das machen wir mal ganz schnell. Ich meine, wenn wir Verband brauchen, brauchen wir sowieso Antiseptikum. Und dann können wir auch gleich eine Bartflechte draus machen. Fackel, Schling. Ah, genau. Ich wollte ja Sachen jetzt hier hinlegen zum Trocknen. Dann legen wir sie doch einfach mal hin. Wo sind sie denn da? Wolfsfell. Ablegen. Schritt nach vorne. Nein, das war der falsche Knopf. Ähm, Leder. Ablegen. Hier hingehen. Und ablegen, ablegen, ablegen. Ähm. Trocknet jetzt fröhlich alles so vor sich hin. Ich darf halt nicht vergessen, dass es hier rumfährt, ne? So, und ansonsten. Ja, tun wir dich da auch mal rein. Was soll ich denn ansonsten mit dir? Ah, da liegt ja auch noch was. Cool. Da wissen wir gleich, wo das hinkommt. Jetzt stürmt es draußen schon wieder. Und damit sind die 10 Kilo hier drin voll. Ich glaube, ansonsten haben wir hier alles gefunden. Scheint so zumindest. Ah, ne. Das ist noch eine einfache Zeitung. Wie spät haben wir es denn? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist unsere Kälte quasi wieder ganz unten. Was ich sehr gut finde. Ach, wisst ihr was? Dann können wir das hier kurz mal einfach zerlegen. Ratsch. Wir müssen jetzt sowieso erstmal hier eine Runde verbringen, weil, ganz ernst, ich traue mich mit diesem Gesundheitszustand nicht raus. Also, mit unter 50% brauchst du nicht vor die Tür gehen. Das ist tödlich. Versehentlich einen Wolf übersehen und bist tot. Und weiß der Geier, was da potenziell noch für neue Gefahren da sind. So, so viel eigentlich brauchen wir davon auch nicht. Ähm, Moment, ich kann eigentlich mal das Licht ausmachen. So dunkel ist ja auch gerade eben gar nicht, wa? Wobei, es ist schon ordentlich dunkel. Wie spät haben wir es denn? Wie viel, etwa 7 Stunden Tageslicht übrig. Wir gucken nur mal kurz raus. Einfach nur vorsichtig. Wir sind ja ganz schnell wieder drin, falls irgendwas Dummes passiert, ne? So, draußen. Man kann ja leider nicht springen. Ich gucke mir mal den Trecker an. Ich sehe da schon einen Schokoriegel liegen. Und eine Gipfelbrause. Ansonsten Gibt es da nicht so viele Optionen. Ich sehe auf jeden Fall auch gerade eben kein Wolf, der uns irgendwie auf die Pelle rücken will. So können wir uns auch mal hier kurz mal den Hänger anschauen. Wo tatsächlich was rumliegt. Metallschrott. Keine Ahnung woher, aber wir nehmen es mit. Okay. Hm. Wie so ein Erdmännchen gucke ich mich jetzt gerade eben um. Einfach mal nur so die nähere Umgebung. Der Hügel verdeckt natürlich leider ein ordentliches Sichtfeld. Da hinten. Da müssen wir noch irgendwann hin. Da ist die andere Hütte. Aber ganz im Ernst, ich bin jetzt schon froh, dass wir hier sind. Also ich bin nicht unbedingt froh, dass wir jetzt überhaupt hier sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass wir es hierher geschafft haben in diesem Sturm. Ne, weiter gehe ich jetzt nicht vom Haus weg. Ich bin doch nicht bescheuert. Jetzt wird erstmal eine Runde geknackt. Bis wir die 100% wieder haben. Sollte jetzt echt kein Risiko eingehen. Schon gar kein dummes. So. Wir essen uns erstmal eine Runde satt. Dafür haben wir ja lecker, lecker Fleisch. Und können nochmal hier eine ordentliche Dose Sardinen aufmachen. Trinken noch einen obendrauf. Und dann wird sich hingelegt. Lebenspunkt der Regen. Yeah. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als Lebenspunkt der Regen. Naja, zumindest wenn man in diesem Zustand ist. 7 Stunden hat es vorhin geheißen. Jetzt dürfen es noch 6 sein. Dann ruhen wir uns jetzt mal 6 Stunden aus. Sollte eigentlich, wenn wir zu einer guten Regenerationsrate jetzt führen. Und jetzt haben wir dunkel. Ist aber halb so schlimm. Wir essen jetzt Energieriegel. Und trinken hier eine Ja, Gipfelbrause. Lecker Gipfelbrause. Und da trinken wir auch noch was. Und dann sollten wir auf jeden Fall über die Nacht kommen. Uns ging es schon lange nicht mehr so gut. 8 Stunden ausruhen. Ich hoffe, dass das dann reicht. 3 Stunden. 2 Stunden. Es ist immer noch dunkel. Zustand ist besser. Gefühlt 3 Grad. Durst ist sehr, sehr hoch. Und draußen stürmt es schon wieder. Ihr wollt mich doch veräppeln. Essen wir halt hier kurz mal ein paar von unseren Rohrkolben Stängelchen. Die gehen ja nicht so schnell kaputt. Aber mir geht es einfach nur darum, dass wir jetzt endlich quasi die Kalorien oben haben. Und dann noch mal was trinken. So. Noch mal schlafen. 3 Stunden. Na, machen wir 4 draus. Was soll der Geiz? Oh, und wir haben die 100% wieder erreicht. Jubelfreude, Heiterkeit. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es da noch mal Wege gibt, Leute. So. Aufheben. Und dann gucken wir auch mal ganz schnell, wie es da oben aussieht. Ach Gott, man sieht ja nichts. Wie es da oben mit den Sachen aussieht, die gerade eben trocknen. Ich möchte einfach nur wissen, wie weit die schon sind. 17, 12 und 17%. Wie arg sind wir denn beladen? Es geht eigentlich. Also wir könnten auf jeden Fall irgendwo hingehen. Das Problem ist, wir können hier gar nicht so viel Essen aufheben. Das ist eigentlich eine blöde Idee, hier alles zu lagern. Aber ich will jetzt auch nicht noch mehr mitnehmen. Ich will jetzt erstmal quasi sozusagen die Gegend im Augenschein nehmen. Und eventuell dann quasi zum Farmhaus kommen. Fliegen die Viecher. Ein Wolf jagt einen Hasen. Ja, damit jagt er schon mal nicht uns. Oh Gott. Schon wieder ein Bär. Das Wildnisleben hier, das ist mir ein Graus, sag ich euch. Ein Graus. Einfach zu viel Gefieche hier. So, okay. Das Gemeinde ist ja echt, man hat echt so wenig Überblick. Theoretisch kann hinter jedem von diesen Dingern da so einer gerade eben so völlig vor sich hin campen. Von diesen Wölfen. Keine Sorge, wir gucken uns diesen Ladewagen irgendwann auch noch an. Wenn wir so lange überleben. Ich will jetzt einfach nur weiterkommen. Fürs Erste und, äh, die nächste sichere Bude erreichen. Vor der Aufnahmepause. Hihihi. Die ist in sechs Minuten nämlich schon wieder. Oje, oje, oje. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, wir kommen da hinten raus. Aber wir sind irgendwo da hinten rausgekommen im Gebirge. Was so gesehen relativ logisch ist. Denn da war ja auch irgendwo das, ähm, wie heißt's? Äh, 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 die Mine. Also im Großen und Ganzen ist das hier schon sehr, sehr logisch durchdacht, wie die Gebiete zusammenhängen. So gesehen eindrucksvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, das hilft mir gerade eben trotzdem nicht weiter. Hihihi. Okay, wieder nur irgendwelche Schuppen mit jede Menge Strohballen. Wir treiben jetzt mal diesen Hirsch vor uns her. Falls da irgendwo ein Wolf ist, dann darf der sich erstmal um diesen Hirsch kümmern. Wir ein Bait vorschicken. Wir schicken ein Bait vor, ein Opferbob. Das ist der Opferbob da vorne. Der Hirsch heißt Opferbob. Wir haben ihn soeben getauft. Hihihi. So. Das müssten wir doch eigentlich... Ja, da drüben ist es. Da drüben ist es. Da kennen wir uns wieder aus. Ach, wie ich jetzt hasse diese... ...nicht einsichtigen Bereiche. Maximale Paranoia macht sich breit. La 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 la. Und... Gucken. Hirsch. Kein Wolf. Sehr schön. Mein größter Albtraum wäre... Das Ding ist niedergebrannt. Ich weiß gar nicht, ob das sein kann. Ich persönlich befürchte... Ja. Okay, weiter, weiter, weiter. Wir sind gleich da. Und dann werden wir uns jetzt erstmal hier... ...ganz, ganz großzügig umschauen. Der Bauernhof. Okay. Kann man jetzt da vielleicht inzwischen rein? Nein. Ich warte echt drauf, dass wir da irgendwann mal rein dürfen. Da laufen. Was war das? Ich dachte, ich hätte da gerade was gehört. Gott. Mit mir gehen die Nerven durch, Leute. Mit dem Mörb gehen die Nerven durch. Der wird bald eingeliefert. Kommt das grüne Wägelchen und holt ihn ab. Ganz, ganz Stereotyp. Ach ja. Und da meine liebste Veranda. Weil man da einfach in Sicherheit mal gucken kann. Ein Kanaster und eine Zeitung. Die Metallbox hier, die leer ist. War sie, glaube ich, das letzte Mal auch. Das ist eine der besten Positionen im ganzen Spiel, möchte ich behaupten. Einfach nur, weil man rausgucken kann. Und damit quasi sicher rausgucken kann. So, Moment. Was? Habe ich versehentlich irgendetwas abgelegt? Fleisch abgelegt. Das wollte ich gar nicht. So, mein gegartes Wolfsfleisch. Oh, ein rohes Kaninchen. Sollten wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit mal beraten. Ansonsten ist im Kühlschrank irgendwie Ebbe. Aber. Wo haben wir es denn? Da sind unsere Fressalien. Da räume ich doch jetzt glatt mal das Essen ein. Und nehmen wir nur Dinge mit, die auch bald gegessen werden müssen. Wie zum Beispiel die Chips hier. Äh, die Cracker. Äh, trinken ist tatsächlich inzwischen relativ knapp. Ähm. Wir schauen uns erstmal um, ne. So, das übliche halt. Nähset. Papier. Der geile Ofen. Mit etwas Zunderbündel direkt daneben, damit das Haus auch schön Feuer fängt, sobald man irgendwas anzündet. Ich seh da links grad eben schon genau das hier. Einen Dosenöffner. Aus den Augenwinkeln sah ich ihn. Er konnte sich nicht von mir verbergen. Okidoki. Jawoll. Fleisch mit Bohnen. Oh Gott, das muss ich echt mal wieder essen. Muss ich. Oh, ich glaub ich mach mir das heute Abend. Ach ja. Ja, also es muss nicht mal Fleisch sein. Ich bin einfach nur begeistert, wenn ich schon Bohnen essen darf. Ich steh da total drauf. Irgendwie mager. Hat jemand die Schwierigkeit hochgedreht? Die Ausbeute ist so viel geringer, als ich sie erwartet hätte. So, da ist der andere Ausgang. Da ist ein Rucksack. Jetzt haben wir grad eben das Problem, dass unser Lämpchen leer gegangen ist. Wir können's aber auffüllen. Wir haben ja den Kanister gefunden. Und damit hat das Ding wieder einen Liter. Schnipp, schnipp, schnipp. So. Ah ja. Mehr Antibiotika. Ja, wirklich mehr Antibiotika. Hm. Stasche ich doch mal hier quasi meine Medikamente rein, würde ich sagen, oder? Ich brauch doch keine 17 Antibiotika. Komm mal, 12 Stück rein. Wie viel haben die denn da drin aufgehoben? Um Gottes Willen. Das reicht doch so, im Grunde. So, und das ist ein gutes Klo-Wasser. Ja. 1,87 Liter. Und ja, ich weiß, dass man es höchstwahrscheinlich da oben rausnimmt. Aus dem, äh, wie nennt sich das? Aus dem Toiletten- Wasserspeicher. Ich bin kein, äh, Profi in solchen Sachen. Keine Ahnung. Ich benutze die Dinger nur. Ich finde aber die Vorstellung einfach sehr viel witziger, dass man es da rausnimmt. Es gibt sicherlich Leute, die würden das tun. Nein, ich gehöre nicht dazu. Weil ich würde das gar nicht erst so tun. Es gibt andere Möglichkeiten, an Wasser ranzukommen. So, Moment. Hier gibt es noch andere Sachen. Ich glaube, der Schrank ist neu. Oh, ich sehe da unten links. Ich sehe da unten links. Genau. Eine Lupe, eine Möglichkeit, Feuer zu machen in der freien Natur. Eine Stacey-Brause. Gibt es da noch irgendetwas? Nö. Schaukelstuhl, ansonsten auch nix. Buch. Ach ja. Man muss schon sagen, das Haus hier, das ist halt einfach so viel besser als alles andere, was man so hier finden kann. Wir gucken uns weiter um. Aktenschränke. Und so weiter. Diesen Raum machen wir noch. Und, ähm, ja. Den nächsten Raum, den gibt es dann tatsächlich erst in der nächsten Episode von The Long Dark. Oh, mein Gott. Leute, Frage, hättet ihr gewusst, dass es in diesem Staudamm A, einen Keller gibt und B, dass der so hinterhaltig ist, dass man da sich aussperren kann und dass man dann in diese Höhle kommt und von der auch anscheinend, also, es ist jetzt nur so eine Vermutung, oh, 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 eine Gewehrpatrone, die war gut versteckt. Ähm, und von da auch nicht mehr wieder hoch kann. Also, wenn du dann, du müsstest die gesamte Scheißstrecke nochmal laufen. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber es ist so. Das finde ich echt krass. So, noch mehr Metallschrott. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir werden in der nächsten Episode nach oben gehen und da suchen. Bis dann. Tschüss und Ade.